Shalom und herzlich willkommen zu Ketahirin. Heute geht es um den achtungspflichtigsten Engel der Kabbalah, genannt Heboiah. Er gehört zum Engelschor der Cherubim. Die Bedeutung ist Gott, der gütige Geber. Als Erdengel haben wir Gabriel, in der Gematrie haben wir die Pfeil 16. Die Physis ist der 25. Februar bis 29. Februar. Als Sternzeichen haben wir den Fisch. Die Zeit für die Aktivierung von diesem Engel ist 22.30 Uhr bis 22.39 Uhr. Als Thematik haben wir sich mit einer verstorbenen Seele verbinden. Die Himmelsrichtung ist der rechten Grad. Im Dirkkreis haben wir 336 bis 340 Grad. Als Dekanplanet haben wir den Vertrauen. Dieser Engel schützt sich gegen Infektionen, gegen Lärmschwäche, gegen alle Krankheiten, gegen Fettleibigkeit, gegen Parasiten und gegen Wunden. Dieser Engel wirkt für Heilung, Heilung von Wundern, Ackerbau und für die Fruchtbarkeit. Mit diesem Genius wird die Gesundheit erhalten und Krankheiten geheilt. Er ist auch der Genius aller Gärtner, Landwirte und Bauern. Als Geburtstag haben wir heute den 35. Geburtstag von Olivia Palermo. Ein amerikanisches Model, Fashion, Influencerin, Modedesignerin und Unternehmerin. Ihre Familie ist betalienischer Abstammung. Unter anderem hat sie Kampagnen für den Modekonzern Mango gemacht. Des Weiteren haben wir Karolina Sostova. Er ist der 37. Geburtstag. Ein tschechischer Supermodel und Schauspielerin. Durch Niucia Prada kam sie mit Vogue in Kontakt. Und zu guter Letzt haben wir heute den 72. Geburtstag von Thomas Stein. Ein deutscher Musikproduzent. Und da engagiert er sich für Peter Maffei, Falco, Ecofresh und beispielsweise Tick-Tack-Toe. In diesem Sinne von Herzen fürs Beste und aktiviere für dich, für dein energetisches Feld, auch diesen Engel. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.